Was spielen wir heute? Wir spielen heute mal wieder Lethal Company und ich, ja, mit dem lieben Detox. Und unsere Quota ist 495. Also Leute, wenn ihr nicht auffindet. Wir haben drei Tage Zeit. Freunde, wenn ihr auffindet, dass die beiden das beste Intro in Lethal Company gemacht haben, dann lasst mal gerne einen Daumen da. Aber, aber lasst den Daumen da für mich, weil ich muss mir das Elend hier anfangen. Nein, keinen Daumen für Detox. Guckt sie euch an. Ich bin nicht so der Intro-Typ. Bei dir steht immer noch Praktikant drauf. Ja, und was steht bei dir? Was steht bei dir? Was steht bei dir? Geh mal ins Licht. Geh mal aus dem Schatten ins Licht. Bei dir steht, warte hier, warte, 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 warte. Ich weiß nicht, was hier steht. Ja, dreh dich halt zu mir. Ich seh's nicht. Ich will's lesen. Hör auf, jetzt bleib stehen. Warte, steht das hier in der Ecke? Junge, bleib jetzt stehen. Ich werde sauer. Hier, ich hab was gefunden. Weißt du, ich werde sauer? You're in deep. Access file Sigurd steht hier drauf. Oh, bei dir steht... Aber was heißt das denn? Das ist ja auch so ein Ding, dieses Posted. Das sollten wir vielleicht auch mal lösen, das Rätsel. Ja, ist meins. Nimm deine Finger weg. Ich werde das später verkaufen. Ey, wir können eine Toilette bestellen. Können wir jetzt irgendwo hinfliegen? Wie eine Toilette bestellen? Will man ein Planetenhaus? Ich will mal andere Anzüge haben oder so. Das zieht ihr immer... Er hat eine Toilette gekauft. Oh nein. Nein, aber die passt da nicht hin. Ich stell die da hin. Ja, ich will was. Wir haben endlich einen Schrift-Flo. Jo, wir haben endlich einen Schrift-Flo. Das Ganze will ich erzählen, ey. Setzt euch mal neben die Toilette, ey. Kommt, setzt euch mal, warte mal. Feuer! Wo fliegst du hin? Weiß ich nicht. Du fliegst zurück zur Company, du Amateur. Jo. Nein, ich habe einen Mond ausgegeben. Nein. Nein, hast du nicht? Doch, Celestial Body, Seven-One-Gordion. Ich habe einen Mond ausgewählt. Hä, aber das stand da aber gerade, wirklich. Hast du nicht. Hab ich wohl. Oh, Mann. Es kam doch nicht mal in den Ladescreen, dass wir irgendwo hingeflogen sind. Aber er stand da. Gordion. Seven-One-Abonnet. Gordion ist die Company. Ach so, okay. Na gut, Tjulfa. Tjulfa. Hock dich mal neben die Toilette. Wir müssen da abnehmen. Schauer, dann setz dich mal neben die Toilette. Ich brauche das fürs Thumbnail. Ey, das kommt, weil ihr euch hier... Einer links, einer rechts. Schauer, dann hock dich jetzt hin. Schauer, setz dich neben die Toilette jetzt. Mann jetzt. Du Alter, mit deinen Gurken in deinen Ohren. Ich habe ein scheiß Ding ins Gewäß. Setz dich da jetzt hin. Ich hasse es hier. Dankeschön. So, passt schon. Okay, gut. Okay, können wir landen? Warte, nein. Ich will den Mond aus. Junge, Junge, Junge. Ja, ich habe schon dreimal den Mond ausgewählt. Hast du nicht? Hab ich wohl. Jetzt haben wir den Mond ausgewählt. Oh mein Gott, diese Amateure, ey. Ja, weil ich irgendwann nicht in das Klo hocken sollte. Ja, super. Er hat einen überfluteten Mond. Wisst du was? Geht vom Terminal weg. Lasst mich das machen. Lasst mich das machen. Ihr seid Amateure. Haut ab. So, ich hatte eigentlich... Haut ab, Tür zu hier. Tschüss, tschüss. Unglaublich, ey. Solche Amateure sind da. Ich habe einen Walkie-Talki bestellt. Unglaublich. Das kann einfach nicht sein. Oh, das ist hier richtig gefährlich. Wow. Immer rollt Kinder auf. Nein, mach ich nicht, ihr Amateure. Wow. Nein. Wow. Bleibt weg von mir. Hast du Walkie-Talki bestellt? Ja, eigentlich schon. Wollt es denn? Ja, ein Walkie-Talki hast du bestellt. Oh mein Gott, die Junge. Ein Walkie-Talki. Brauchst du noch eins oder nicht? Nee. Besser ist... Ach, schuldigung. Tschuldigung, tschuldigung. Tschuldigung, brauchst du eins oder nicht? Wir brauchen eins. Jeder braucht eins. Aber du hast schon eins bestellt. Ja. Die Walkie-Talki ist der beste, der wichtigste Gegenstand. Ja, ich habe nochmal eins bestellt. Das kann ja aber nicht wahr sein, ey. Dieser Schauerland. Ship-Upgrades. Oh. Oh, ist das scheiße. Ja. Du bist wahrscheinlich gleich tot, weil er sich auf die... Weil er sich auf die Rakete haut. Was ist das denn? Das ist ein Horn, das man ziehen kann, wenn einer nicht mehr zum Schiff findet. Oh, ist es weg? Ja, weil ich es hier platziert habe. Ey, Tjulfa. Tjulfa? Habt ihr das gehört? Ja, Tjulfa, lass mich erklären. Ich habe... Schau mal her, komm mal her. Er hat ein Horn gekauft. Ey, Schauerland, Ruhe jetzt. Guck mal, ich habe ein Signalahorn gekauft, falls wir nicht mehr zurück zum Schiff finden. Ey, das ist praktisch, Mann. Ja, komm mal mit, dann weiß ich auch, was das hier hinten ist. Was denn? Mit. Hier ist das Horn. Cool. Oh, nice. Nice. Oh, warte mal, die Rakete ist da. Talky Walkies sind da, jawohl. Alright, dann geht mal rein hier, Kollegen. Dann geht mal rein hier. Oh mein Gott, ist das dumm. Dann geht mal rein. Einfach ein dickes Signalahorn gekauft. Der Allerechte. Okay. Outside the ship, okay. Schauerland, wo bist du? Okay, Schauerland. Ähm, genau. Geradeaus, da ist ein Item. Geh geradeaus, ums Eck geradeaus. Und da ist ein Item. Perfekt. Perfekt. Tjulfab, da ist Sackgasse. Ihr müsst Richtung Schauerland und dann geht's da runter oder hoch. War keine Sackgasse, da war ein Schlüssel. Ah. Das ist auch gut. Okay, wo sollen wir jetzt lagen? Rechts ist eine Tür. Die könnt ihr aufmachen. Oder? Bitte was, T-Logs? Äh, geradeaus, wenn du gehst. Geradeaus. Da ist ein Item. Könnt ihr die Tür öffnen, oder? Und rechts davon ist eine Tür... Ja, Tjulfab, du läufst jetzt irgendwie falsch. Schauerland, geh mal zurück. Hm, okay. Tjulfab, links ist ein Energiekern. Äh, merk dir das mal. Ja. Ja, Schauerland, geh da rein. Da sind zwei Items. Einmal links und einmal rechts. Genau, direkt links von dir. Ähm... Das ist ein schweres Item. Tjulfab, geh mal zu Schauerland. Der hat Items gefunden. Mein Inventar ist schon längst voll. Hier, hier, hier. Jo, bei mir ist irgendwas, ey. Das hört sich sehr ungesund an. Jo, da ist alles voll, ey. Wir können zurück. Ist auch... Mein Inventar ist auch... Ey, die Anlage ist mega riesig. Geht mal zum Ende des Raumes und guckt mal, was da drin ist, bitte. Okay, dann müsst ihr runter. Dann kommt mal her. Aber passt auf, weil ich glaube, hier draußen ist irgendwas. Ist nicht schlimm, das ist ja bei dir. Hört sich zumindest so an, ey. Oh, ihr könnt nach links gehen. Ihr könnt nach links gehen. Da ist eine Tür offen. Da sind auch zwei Items. Äh, nach rechts. Sorry. Falsches... Ist mir egal. Dann merkt ihr, wo das Item ist, du alter Tüffler. Monster kommen. Raus. Raus. Raus, Monster, raus. Vorsicht, Schauerland, vor dir. Vor dir. Nein, geh da nicht hin. Hinter dir. Vorsicht, es kommt hoch. Rechts von dir, Schauerland. Lauf, 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 lauf. Holy macaroni. Julfa, pass auf. Mein Scheiß, der Inventar ist voll. Ich kann nicht reden. Ich hab ein Chemiebehälter fallen lassen. Da kommt was. Ja, ist ja egal, aber es kommt was. Ach, das ist doch nur so ein Sprechschlangen, Mann. Ähm. Leute. War hier vorhin ums Schiff auch schon überall Wasser? Ja, 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 ja. Hinter euch, hinter euch. Er kommt hoch. Ja, alles Gute. Es ist so ein Schleim, der ist voll langsam. Ja, sieht aber ungesund aus. Ich wollte euch ja nur helfen. Dann mache ich jetzt das Funkgerät aus. Ja, Roger. Okay, ich beobachte das jetzt. Schauen wir mal. Okay, Bestiary. Ich versuche mal ein bisschen hier. Okay, Snare, Thumpers, Roaming. Manti-Co... Manti-Coils. Okay, habe ich mich verschrieben. Egal. Kleines Vieh ist unten. Kommt jetzt hoch. Ist kein kleines Vieh, ist ein Bracken. Er hat... Äh, lauf zurück, lauf zurück. Tjulfa, Tjulfa, äh. Oh, shit, bro. Tjulfa ist erledigt. Jo. Falls ich es nicht schaffe, ich nehme, ich nehme, ich weiß nicht. Wo der Schleim kommt. Ja, ich weiß gerade nicht, wo... Du musst eigentlich nur durch, ne? Ich nehme das, ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme, weil das ist das Problem. Ja, du musst... Ich weiß nicht, wo der scheiß Ausgang ist. Es sieht alles gleich aus. Ich kann es dir leider gerade auch nicht sagen, das ist das Problem. Ich habe den Kern gefunden. Ja, lass es, du musst, nimm den ja nicht, du musst... Das Vieh kommt zu dir, schnell. Der Bracken kommt, bleib drin. Verhalt dich ruhig, verhalt dich ruhig, duck dich. Okay, du bist tot, du bist gleich tot. Du bist gleich sowas von tot. Beweg dich keinen Meter. Okay, krieg jetzt langsam dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich hole dich da raus, Bro. Langsam raus. Dann gehst du rechts lang. Dann gehst du die Treppe links hoch. Krieche. Jetzt rechts. Da ist Sackgasse, oder? Ne, okay. So, und jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, du musst runter oder hoch? Pass auf, der Bracken kommt wieder. Ähm. Ja, er ist hinter dir, er ist hinter dir, er ist hinter dir. Nein, nein, ich bin ganz oben, aber hier ist alles zu. Hier geht es nicht. Kannst du nicht rechts rum? Nein, die ist abgeschlossen, die Türen. Ich habe alle Schlüsse für den Lot weggelassen. Ah, Mist, ey. Vorsicht, der Bracken ist auf dem Gang. Okay, jetzt, du kannst runter. Jetzt, 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 jetzt. Oh, ja, ich weiß nicht mehr, wo du... Ah, fuck, ey. Kannst du da, da rein? Nein, da bist du hergekommen, da bist du hergekommen. Ich glaube, das bringt auch nichts. Okay, hier sind übelst viele Monster. Ganz ehrlich, ich glaube sowieso nicht, dass du hier lebend reinkommst. Du musst, nimm Tjulfas Leiche mit. Das gibt, das gibt Geld. Ich kann nichts mehr tragen. Lass es fallen, nimm seine Leiche mit. Da ist der Schleim. Oh, warte, ich glaube, ich weiß, wo ich... Ist alles gut. Oh, Mann, der Autopilot wird gleich, ähm, wird gleich... Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, okay. Glaub ich zumindest. Ja, 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 ja. Nein, 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 andere Richtung. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Da entlang, da entlang, da entlang. Da geht's raus, da geht's raus. Jetzt rechts, rechts ist die Tür. Oh, holy macaroni, Alter. So, hier sind jetzt ultraviele Viecher. Jo. Hast du's? Hast du's gehört? Ich, ich, ich hoare ne noch mal. Was? Ja, ich weiß, hier, das Schiff ist auch schon unter Wasser. Vorsicht, hier sind übelst die Viecher, Mann. Shit, der Autopilot. Wegen dangerous conditions. Nein, ich kann's nicht aufhalten. Ich kann's nicht aufhalten, Schauerland. Es tut mir leid, Schauerland. Ich liebe dich. Ich werd die nie vergessen. Ich werd die nie vergessen, Bro. Oh, Mann, Alter. Schauerland ist missing. Er ist einfach vermisst. Oh, shit. Oh, shit. Kein Lut, ey. Oh, nein. Alter. Warum fährt denn das Ding los? So ein Mist. Ja, Autopilot lief. Bracken hat übelst meinen Arsch geholt, ey. Junge, Junge, Junge. So, also jetzt muss mal der allerächte Rodox wieder mit rein. Ich seh das schon kommen. Das läuft ja einfach nicht mit euch beiden. Ihr Dullis. Ja, ihr. Ey, das war so perfekt. Das war nur einfach, du hast, das Problem war, das Problem war, du hast uns von einem Lut zum nächsten geschickt. Ja, jetzt war ich das Problem. Sie sind toll, anstatt uns den Ausgang zu sagen. Ah, okay, ach so. Warum hast du uns nicht den Ausgang gesagt? Wissen Sie was, Herr Schauerland? Und gut wär's gewesen. Mach es es doch selbst. Mach es es doch. Ja, dann mach es es doch. Zeig mir nicht den Scheißfinger. Okay, okay, was war's? Ich hol mir jetzt eine Taschenlampe. Ja, ich hol mir jetzt eine Taschenlampe. So, 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 so. So, ich hol mir jetzt, ähm, ich hol mir jetzt meine Items. Walkie-Talkies musst du bestellen. Zwei Stück, weil du nicht fähig bist, uns rauszuleiten, wenn wir sagen, wir haben alles. Oh, wir sind gerade durchbauen. So, wir haben kein, wir haben keine Walkie-Talkies. Wir haben kein Geld für Walkie-Talkies. Echt nicht? Das ist das Ding. Sind wir so broke, wir können uns keine Stockie-Walkies mehr leisten. Nein, eines geht. Ja, egal. Ja, was haben wir denn mit einem? Ich habe auch eins. Also, beschwer dich jetzt nicht. Okay, okay, Tür-Häfer, nimm du das. Weil du einfach weggeflogen wirst du vollidiot. Ich würde sagen... Ach, ihr wippt das schon wieder. Ich bin gar nicht weggeflogen. Bleib du lieber im Schiff. Kein Bock. Du lässt dich nur wieder vom Blitz treffen. Ja, da habe ich den Walkie-Talkie gefahren. Wo ist denn jetzt das Geschenke-Schiff? Da. Hallo? Ja, nimm das Walkie-Talkie, Mann. Hast du es? Nimm das Walkie-Talkie, Mann. Du brauchst dich doch wieder auf dem Schiff bleiben. Du bist ein Otto-Schauer-Laden. Ich bin so auf dem Schiff bleiben. Ja, du. Ich bin jetzt das Gebäude. Siehst du es? Ja, ja. Aber sei vorsichtig, Tür-Häfer. Hier schlagen schon wieder Blitze ein. Ja, Mann, da haben Sie ihn gehört. Ist nicht schlimm. Wir sind Freunde. Du darfst auf der Brücke nicht laufen. Ich mache, was ich will. Ja, aber dann bricht die ein, du alter Otto. Ja, ist mir doch egal. Ach so, okay. Okay. Ihr seid drin, oder? Ja. Zjölfer? Okay, äh, rechts. Rechts. Nein, stopp, das andere rechts. Zurück. Ich weiß nicht, wo Zjölfer ist. Und dann links. Links. Nein, ganz viel Lutz. Dreimal. Ja, super. Ich weiß nicht, wo Zjölfer ist. Hier. Wo ist Zjölfer? Er ist drin. Geh mal rein. Dann rechts, dann links. Nein, ich sehe dich. Alles gut. Stopp. Wo bist du? Ja, ich... Zjölfer ist nicht vor der Tür. Zjölfer ist nicht vor der Tür. Zjölfer ist nirgends. Ich sehe ihn nicht. Hallo? Er ist aber noch rum. Er lebt noch. Okay. Er hat ja keinen Walkjob. Hallo? Zjölfer, was machst du? Bitte? Junge, du machst mir Angst. Ich habe hier schon lauter Loot. Ich habe hier schon lauter Loot raus. Ja, ja. Zurück. Nee, jetzt, ja. Ihr im Raum. Jetzt sitzt im Raum. Ja, ich weiß. Was ist denn hier im Raum? Es kann auch sein. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Okay. Ich verstehe nicht. Zjölfer kommt mit. Ja, ich bin hinter dir. Schauerland? Ja, ich sehe. Ja. Nee, hier ist schlecht, Zjölfer. Da ist das nichts. Ich sehe nichts. Wow. Ich gehe da nicht rein. Könnte mich mal. Ja, den Dampf, das sieht man echt gar nicht. Alles okay? Nee, absolut nicht. Ist er tot? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, bewegt er sich noch? Nein. Oh, doch, doch. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Das ist gut. Zjölfer. Da war doch gar nichts. Doch, da war ein Monstermann. Wo denn? Alter, mein Herz. Jo, hier in der Ecke, im Dunkeln. Quatsch. Doch, das war... Jo, geh rein. Geh rein. Tu, was du nicht lassen kannst, Bruder. Ich habe mir gerade... Ich habe mir in die Hose geschissen. Ja, da drin. Okay. Boah, ich höre. Da, 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 da sind Fischer. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ihr überlebt den Weg zurück eh nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich sammle jetzt mal den Loot. Okay. Zjölfer, nimm den Loot mit. Zjölfer, hier. Nimm den Würfel. Wir können auch unten durchs Feuerexit noch rein. Ja, aber erst mal... Nicht rennen auf der Treppe. Ja, ja. Brücke, Meiling. Oh, da ist ein Bienennest. Ihr seid schon wieder draußen, wo? Okay, ich mache das Horn, damit ihr mich... Oh, Bienen im Regen? Ey, das Horn war eine richtig gute Investition, Mann. Ja, das ist schon wild. Alter. Oh, Mann, ey. Yo, Schauerland, wir sind schon da. Das gute alte Schnorren. Da seid ihr ja. Schauerland? Ja, ja, ich bin hier im Schiff. Hallo? Ja. 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 Nein, ich habe nicht weggeflogen. Wir können noch mehr Loot holen. Warte mal, warte mal. Tjölfer, Tjölfer, Tjölfer. Kann ich jetzt nicht... Tjölfer. Ähm, das Bienending. Ich habe eine Stunkgrenade. Komm, wir stunnen die und holen die Bienen. Oder ich mache das. Wo sind sie denn? Ähm, die waren hier. Oder? Ey, meine Orientierung ist so... Ja, ja. Von hier sind wir gekommen. Okay, hier irgendwo waren die. Ich habe die irgendwo hier gesehen. Bienen? Wo waren die denn jetzt? Das kannst du doch keinem erzählen. Hier, wo? Warte, wo? Hier. Wo, wo, wo? I can see shit. Ich bin, aber da ist kein Nest. Ne, ne, ne. Da war ein Nest. Okay, dann weiß ich es nicht genau, wo du meinst. Ah, warte mal. Warte mal. Ähm, wir sind da lang gelaufen. Ich weiß halt auch nicht, ob das überhaupt funktioniert. Schau, Alain, kannst du mal das Horn jagen? Blase mal am Horn, bitte. Ja? Hier, wo läufst du hin, Mann? Keine Ahnung, Mann. Meine Orientierung ist S hier. Ja, komm mit. Okay, okay, okay. Wie kann ich denn was vor dir finden, obwohl du es gesehen hast? Ja, weil ich dumm bin. Oh, ich bin blind auf einem Auge. Okay. Oh, Mann, ob das funktioniert, weiß ich nicht an der Klippe. Schweiß hin. Was kaputt, die Viecher. Komm weg. Das hat gar nichts gebracht. Oh, oh. Das ist noch am Leben. Riese. Schau, Alain. Riese in der Nähe. Riese in der Nähe. Riese in der Nähe. Schlossen. Kommt doch zum scheiß Schiff. Zu looten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, Monster. Ich bin's nur. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Oh nein, lass dich nicht fressen. Schau, Alain, geh rein. Mach keinen Schmarrn jetzt. Da geh ich nicht rein. Okay, holy moly. Oh, Mann, ey. Jetzt hab ich halt das Ding am Schiff verloren. Jetzt hab ich halt das Ding am Schiff verloren. Bist du gefährlich. Boah, wenn wegen mir jetzt alles drauf geht, das wär so dumm. Oh, fuck. Ich gucke mir, wie er altert diesen dämlichen Horns. Sauerland versteckt. Oh, 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 oh. Lost Giant. Bienen direkt da. Vorsicht. Jungs. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot. Ich bin tot zum Plitz getroffen. Scheiße. Sauerland. Oh nein. Nein, Sauerland. Nein, die Bienen. Die Bienen. Okay, sie sind rechts vom Schiff. Rechts vom Schiff. Nein, nein, nein. Was macht er? Was macht er? Er hat das Ding mit. Nein, die Bienen. Scheiße. Sauerland. Nein, was machst du? Nein. Oh mein Gott. Alter, ist der doof. Warum haben sie denn ein Bienennest geklaut? Sauerland, was machst du? Junge, was machst du? Nein, war Loot. Ich wollte das Loot holen und habe dann erst gesehen, dass ein Bienennest ist. Alter. Warum sterben die denn alle? Ja, aber du siehst doch, dass draußen ein Monster ist. Die ganze Loot. Die gute Quota. Ich wollte den Loot holen und wollte dann abhauen. Ja, aber draußen ist doch ein Riese. Warum gehst du überhaupt raus? Ja, aber auf der anderen Seite. Aber das waren ja scheiß Bienen. Ach, du heiliger Bim Bam. Warum habt ihr denn Bienen mitgebracht? Ja, das war mein Fehler. Aber trotzdem. Warum gehst du raus, wenn ein Schlag ist und ein Riese draußen ist und schon alle tot sind? Das ist die viel wichtige Frage. Einer Riese auf der anderen Seite. Ich wollte euer Loot holen, damit wir unsere Quote erfüllen. Ja, aber es bleibt doch einer im Schiff. Das werden alle tot sind. Das Schiff einfach abhebt und nicht der letzte auch noch rausgeht. Aber wenn ich genug Loot fahren, ist das doch scheiße. Ja gut, aber guck mal, Tjulfa. Schau mal den Loot an. Wir haben eh nichts von dem her. Ja, jetzt haben wir nichts mehr, weil wir alle tot waren. Ja, stimmt. Da war ein... Du Eiermaler. Dann muss das jetzt ein richtig guter Raid werden. Oh mein Gott. Ich muss ja immer kacken, Alter. Nee, 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 nee. Erstmal kacken gehen. Okay, pass auf. Du uns. Ähm. Bitte flieg woanders hin. Ihr kriegt Psychose von diesen Riesen. Oh mein Gott, ey. Die sind echt scheiße, wo? Junge. Und wir haben nichts. Wir können jetzt auch nicht mal Walkie Talkie kaufen. Wir müssen jetzt... Wir können jetzt eigentlich alle drei rein. Ja, müssen wir. Müssen wir. Wir haben nichts. Wir müssen... Wir brauchen drei volle... Junge, wir brauchen 495. Die Quote erfüllen wir im Leben nie. Wir brauchen drei volle Taschen. Wir brauchen unser gesamtes Instrumentar. Anders geht's nicht. Ja, für 495. Ach nee, nicht der Planet. Aber so viel haben wir ja auch nicht. Ja, besser als nichts. Ich komm mit. Ja, wir kommen alle mit. Wir haben ja eh nix. Das ist jetzt hier... Wir machen's wie früher. Flop oder Flop, ey. Ja, wie früher. Hat der gescanst wie viel Loopschills? Nö. Ich scanne mal kurz, okay? Aber bestimmt wieder irgendwas um die 1600 irgendwas. Man kann mit einem Planet hier mindestens die Quote erfüllen, aber die Frage ist, ob wir es schaffen. Eigentlich schon, ja. Die Frage ist einfach, ob wir es schaffen. Okay, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Direkt was. Ja. Ich bringe das direkt. Ich gehe direkt sterben hier, indem ich hier reingehe. Oh mein Gott. Nee, was ist das? Oh, Junge. Hier ist halt schon wieder... Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, 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 nein. Nö. Nö. Einfach nur nö. Nö. Macht was ihr wollt. Ich gehe da nicht mehr rein. Was? Korn? Nee, Junge. Wir können es schaffen. Kennst du von Pokémon dieses Vieh, dieses fleischfressende Vieh? Wie heißt das? Mein Gott. Ich... Diese fleischfressende Pflanze, diese Entwicklung. Wir brauchen 806 Nud können wir sammeln. Komm. Ja, Junge, da ist ein fettes Pflanzenvieh drin. Das erinnert mich. Ich muss das kugeln eben. Pokémon. Warte, 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 warte. Warte, warte. Ja, egal, egal. Finde ich jetzt eh nicht. Tjolfa? Ja. Also rechts, wo bist du? Links oder rechts lang? Wie sieht es aus? Ja, da ist ein Vieh. Also es war? Hier gehen nicht geradeaus. Gehen nicht geradeaus. Ja. Geradeaus. Tjolfa? Aber da kann man drauf. Ich bin oben. Ja, ich bin ja auch oben, Bro. Also ich habe den Energiekeim gefunden. Ja. Den können wir am Ende doch holen. Boah, Alter, hast du mich erschreckt. Junge, hier läuft was rum. Das bin ich. Nein, nein. Hier läuft was anderes rum. Das ist dieses Vieh. Ich kriege eine Psychose von dem Ding. Detox. Detox. Bleib mal stehen. Ist jetzt entweder wir looten hier was oder wir sind so oder so tot. Also kann dir das Vieh egal sein. Komm. Nein, ich habe Angst, Mann. Ich habe großes Moos. Ich habe über den Schaft gesprungen und habe das Geschenk. Was hast du? Ich habe das... Oh. Junge, da kommt was. Ich habe das Geschenk. Ich habe das Geschenk, was da hinten war. Ja, ich gehe da drüben. Ja, sehr gut. Ich gehe da drüben oder was? Hier. Ja, ja, da war eins. Okay, ja, dann müssen wir da lang. Das ist nicht durch. Aber hier geradeaus ist unsere... Ja, okay, gut. Kommt einfach mit. Kommt mit. Ich weiß euch nicht. War das da nicht Monster? Ja, ja, wartet. Ihr könnt hier links reingehen mal. Okay, hier ist... Hier ist eine Tür. Ähm, L0. Leute? Ja? Ich gehe zum Schiff und mache L0 auf, okay? Ich mache L0 auf. Oh, ist das dumm. Ohne Funkgerät ist das dumm. Oh, richtig oldschool hier. L0. Oh Mann, naja, aber dann kann ich wenigstens gucken, ob die Kollegen hier tot sind oder nicht. 12.18 Uhr, das schaffen wir doch nie im Leben. Die Quote zu erfüllen, das kannst du deiner Oma erzählen. Fire hazard. Ich dachte, das ist ein Post-it. Jo, warum komme ich denn jetzt da nicht hoch? Okay, so. L0. Ähm. L2. L0. Tio-Monitor. Okay, T2. T2. C7. Okay, alright. So, alles offen. Alright. Boah, hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen. Das wäre so ultra ärgerlich, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Oh Mann, ey. Schauerland, warum bist du rausgegangen? Ah, das hätte so gut werden können. Neuer Planet und so. Leute, lebt ihr noch? Ja. Okay, ich habe alle Türen hier drin geöffnet jetzt. Da habe ich viel Gerücht. Hä? Oh, ich habe den Kern gefunden. Hoffentlich entfernt der jetzt nicht den Kern. Dann kriege ich den Nerven zusammen hoch. Ja, ich kriege auch einen, aber sowas von. Wenn der jetzt den Kern da rauszieht. Okay, hier ist offentür, ich habe hier aufgefunden. Hier ist gar nichts, Mann. Hier ist original gar nichts. Was soll hier denn sein? Ich habe alle Türen geöffnet. Irgendwas kommt. Abhauen. Ja, hier ist nichts, aber. Ich habe aber irgendwas gehört. Ja, ja. Leute, Leute. Das gammelt irgendwo rum. Ja, schau mal, wir sind hinten. Ich gehe hier rechts rein, okay? Ja, mach mal. Fuck! Ey, Tülfer, das ist unten drunter. Ja, ich bin hier. Ja, ja, da unten ist ein Motor. Ich riskiere mein Leben. Ist da noch mehr? Weiß ich nicht. Ich habe eine V-Engine, ich bringe die raus. Er hat den Kern rausgezogen. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch, Junge. Warum? Raus, raus, raus. Warum? Wo? Warum zieht er den Kern raus? Das macht keinen Sinn. Weiß ich nicht. Schauerland, der Kern. Tu den Kern wieder rein. Junge, warum ziehst du den raus? Hilfe. Schauerland, du musst den Kern wieder reintun. Schauerland, du musst den Kern wieder reintun. Nein. Doch, weil sonst kriegen wir den Loot nicht zusammen. Schauerland, gib mir den Kern. Gib mir den Kern. Wir haben sonst keinen Loot. Wir brauchen 94 Loot. Nein. Schauerland. Was macht der? Das ist viel wert. Nein, aber nicht 495. Jetzt dropp das Ding. Drop es. Nein. Alter. Nein. Gib mir den Kern. Nein, nein. Ich gebe dir den Kern nicht. Was willst du denn mit dem Kern? Der Kern bringt uns nichts. Er ist doch viel wert. Aber nicht genug. Ihr werdet sterben. Doch, das ist genug. Schau, wenn wir nicht... So, wo hat er den Kern jetzt her? Das ist jetzt die gute Frage. Das ist jetzt richtig dumm. Also hier auf jeden Fall nicht. Ey, ich weiß nicht, wo er den Kern her hat, ne? Das ist eigentlich dumm, was ich mache. Ich werde sterben. Was macht ihr denn jetzt? Oh Leute, was macht ihr denn? Ich weiß doch nicht wohin. Oh Mann, ey. Es ist 5 Uhr 18. Wir schaffen das eh nicht. So oder so. Gift collected. Egal, dann bringe ich den jetzt zurück. Egal. Das ist jetzt nicht mein Bier, ey. Oh Junge. Ja, ich habe den Kern, weil ich nicht weiß, wohin. Wenn ich sterbe, dann ist Bullshit. Ja, bring ihn mal rein, dann scanne ich nochmal. Dann müssen wir ihn halt mitnehmen. Aber wir sehen halt nichts. Das ist halt das Problem. Wir haben jetzt knapp einen Wert von 330 gelootet. Okay. Ja gut, dann brauchen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist alles nur, weil ihr weggeflogen seid. Das hätte nichts gebracht, wenn wir da nicht weggeflogen wären, weil danach irgendwer sich hat vom Riesen fressen lassen und alles weg war. Nein, nein, Feuer meine ich. Als es uns richtig gut ging. Als wir richtig viel Loot hatten. Ja, aber es hätte uns ja nichts gebracht. Weil im nächsten Run ja alle gestorben sind. Weiß ich nicht, ob es hier einen Exit gibt. Fire Exit. Hä, was tut hier so? Was? Wo ist er hin? Hier. Das Gatter hier ist runtergegangen. Warum? Dieses Gitter hier. Warum? Keine Ahnung. Okay, das ist... Wo ist Schauerland? Weiß ich nicht. Der ist da hinten hingegangen und ist verschwunden. Ich glaube, der sucht einen Fire Exit. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann auch... Okay, egal. Wir gehen rein und wir werden einen Fire Exit finden und rauskommen. Hopp oder top. Entweder sterben wir bei dem Versuch, jetzt was zu finden. Oder wir schaffen es. Oh mein Gott. Wir sind ja so oder so tot. Es ist so ultra-duster, ne? Es ist so bodenlos-duster. Wir sterben ja so oder so. Eben, ja. Jetzt sind wir ein bisschen im Kreis gelaufen. Nicht schlimm. Ah, Sackgasse. Ja, okay. Hier rechts lang, ne? Warte, warte. Ich höre was. Schleim. Hier ist ein Schleim. Boah, ich hoffe nur. Jetzt mach die Tür mal zu hinter uns. Sackgasse. Shit. Wie viel Geld wollen wir wenden, dass er gleich wegkriegt, weil er denkt, wir sind tot? Ich hoffe nicht. Okay. Okay, new creature. Kick, kick, kick. Oh Mann, hier sieht man nichts. Hier sieht man auch weniger als vorhin. Hier ist die Täter. Ich habe gerade irgendeine Tür. Jo, Entschuldigung, ich sehe gar nichts. Gleich habe ich. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts mehr. Okay, ich bin hier an der Sackgasse. Was? Ist da ein Vieh? Ich höre leider nichts, Mann. Ich bin tot, Mann. Wo? Ich höre doch den Rauch nichts, Mann. Jetzt. Oh, oder? Offen die Tür. Okay, offen. Okay, ähm. Kann ich hier nicht runter? Okay, jetzt bin ich unten. Oh, hier ist ein Raum. Okay, nee, aber hier. Hier ist irgendwie nichts. Ey, wo bin ich denn hier? Hier ist wieder alles so duster. Will nach Hause. Oh, no. Oh, no. Hä, wie bist du gestorben? Keine Ahnung. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Ach so. Bin vermisst, ey. Oh, mein Gott. Oh, no. Oh, no. Es tut mir so leid. Einer war tot. Ja, ich war tot. Und einer war weg. Ey, da war ein Seiteneingang. Da war so viel Loom. Okay. Mal gucken, wie viel wir haben. Oh, nein. Ja, guck mal. Da war noch mehr, aber... Da war noch mehr, aber es hatte ein Hund draußen rum. Deswegen habe ich das Schiff gestartet. Der kam hier wieder rein. Kann ich einfach... Kann ich die Toilette... Wir müssen einfach alles da hinlegen, was wir haben. Ja. Wir müssen einfach alles hier... Wir müssen auch Albert verkaufen. Du kannst Albert nicht verkaufen. Doch. Nein. Kleinanzeigen. Da. Oh, mein Gott. Wir werden so getakelt. Company building. Bodenlos, ja. Den Kartakel vom Kentakel-Kakelmonster. Sowas von bodenlos. Wir sind sowas von tot, Alter. Okay, ich springe. Du legst einfach alles hin. Nein, ich springe nicht. Ich springe aber. Ja. Nein, du springst nicht, Bro. Lass es. Ich kriege Angst, ey. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch hier. Soll ich jetzt erstmal alles hinlegen und noch nicht klingeln? Aber hier, beschöten wir den Trick. War Tode. Wir nehmen uns auch wieder. Du kannst Leichen verkaufen. Leichen sind auch was für, ja? Du kannst alles, was deinem Schiff ist, verkaufen. Stopp. Alles, was deinem Schiff ist. Auch das Horn. Einfach alles. Ich verkauf das Horn nicht. Das kann man nicht verkaufen. Das kannst du nicht verkaufen. Ach, schade. Den Zettel. Den Zettel, ja. Den kannst du dir in dein Ars schieben, Bro. Ich hab die Zettel dabei. Junge, das ist nicht dein Ernst. Leg einfach alles hin. Und die Sachen. Können wir das Klo verkaufen? Hat erst mal jemand geklingelt? Nee. Doch. Die Luke ist offen. Geh nicht hin. Ich kann das Klo nicht verkaufen. Ich kann das. Alles weg. Man kann das Klo nicht verkaufen. Ich hab's versucht. 165. Ja, sag ich doch. Das ist bodenlos, Junge. Das ist richtig bodenlos. Die werden uns ins Weltall, Alter. Und das Schlimmste ist, dass die Toilette weg ist. Das ist das Schlimmste. Ich verkaufe die Toilette jetzt. Ach schade, man kann sich aus dem Schiff bringen. Warte mal, wir haben 268. Wenn ich jetzt hier was bestelle und dem verkaufe, das ist ein Trick, der nicht funktionieren wird, ne? Nein. Aber ich probier's, weil wir sowieso, wir stört, wir sterben. Ja, aber ein Körper bringt... Nein, warte, ein Körper bringt nur 10 Credits oder so. Oh mein Gott. Ja, das ist eine Luke. Ja, das springt in der Luftfahrt. Nein, es gibt noch mehr. Du musst... Ich kletter hoch und spring nochmal. Glaube ich? Oh mein Gott. Ich bin der, muss der, muss der, muss der. Okay, ich dachte... Ich dachte, du bist... Ich dachte, du bist... Ich dachte, du bist... Nein, das ist nicht so. So, ich schaue einfach Fernsehen, Mann. Ich kann das Elend nicht mehr ertragen. Guck mal. Die letzte Sendung ist das. Die Sendung mit der Maus. Guck mal. Da ist ein... Da ist ein Luke. Warte mal, wir können... Guck mal, ich bin in Fernsehen. Echt, oder? Ja, guck mal, Jill. Du auch. Oh. Guck. Guck. Oh, nice. Da sind ja wir. Er haut ihn mit einer Schaufel. Guck mal. Habt ihr jetzt Wechs den Fernseher gekauft? Ja, wir gucken uns was an, bevor wir sterben. Der wurde vom Blitz getroffen, wie ich eben. Zu dumm. Guck mal, ich hab noch einen Freund. Guck mal, am Boden sitzt noch ein Freund. Hey. Was? Oh, ich muss erst mal aufs Toilette gehen hier. Ich muss erst mal richtig einen abkacken. Wie könnt ihr eigentlich die Dinger... Wie könnt ihr die verschieben? Auf B. Auf B. Ah. Wusste ich nicht. Oh, wir können ja aufs Klo setzen. Oh. So. Tja, was machen wir denn jetzt? Ja, nichts sterben gehen. Wir haben uns gefliegen und uns ins Weltall saugen lassen. Ich versuche mich doch umzubringen. Hey, warte, warte, warte. Bleib mal schnell da. Ich will... Bleib mal schnell hier drin. Ich will noch eine Sache versuchen. Schauland, geh mal bitte rein. Okay, geh mal bitte rein. Bitte. Ja, was denn? Hast du eigentlich, wenn wir das Schiff wegfliegen lassen, dass alle draußen sind? Nein. Ich glaube nicht, dass er steht. Was macht er denn? Wenn wir alle hier sterben und das Schiff wegfliegt, dann können wir ja schlecht rausgesaugt werden, oder? Ich möchte was denn. Hast du Sachen gekauft und verkaufst sie jetzt? Wo ist er? Was hast du vor? Was geht? Ich habe gerade eine Schaufel gekauft. Aua. Aua. So. Ich nehme den jetzt sonst. Steck ihn rein. Steck ihn rein. Ja, ja, mache ich. Nein. Ich muss dich opfern. Es tut mir leid. Tjulfa, komm her. Tjulfa. Tjulfa, komm her. Komm her, Tjulfa. Komm her. Bleib da. Wenn du mich hier umbringst, du kannst die Leiche nicht holen. Oh, bleib da, Tjulfa. Bleib da. Wenn du mich hier erschlägst, du kannst die Leiche nicht hochtragen. Tjulfa, es tut mir leid, aber man muss einfach an sich selbst denken. Wenn du mich hier umbringst, du kannst die Leiche nicht hochtragen. Tjulfa. Komm her, komm her. Es tut mir leid. Ich habe dich echt gern, aber es hilft nichts. Ich kann hier nicht einfach so sterben. Das geht einfach nicht. Nein. 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 Es ist doch gleich vorbei. Komm schon. Es ist doch wirklich gleich vorbei. Tjulfa. Nein. Na komm schon. Also jetzt. Nein, ich habe ganz furchtbare Magenschmerzen. Nein, Tjulfa hast du nicht. Pass mich hoch, pass mich hoch. Nein, 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 hast du nicht. Mach zu, mach zu. Mach zu. Mach zu. Ah. All right. So, wieso kann ich ihn jetzt nicht nehmen? Bist du schon weggeflogen? Oh, du, oh, du, du Gottloser, ne? Du Gottloser. Ich kann dich nicht nehmen. Oh mein Gott, ist das Gottloser. Na ja, gut. Dann, 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 dann ist das so, ne? Dann soll das so sein. So, Bro. Ich klingel mal hier für Schauerland. Schau mal, was ich für dich bekomme. Was kriege ich jetzt? Hier, nimm ihn mal bitte. Ich will wissen, was ich hier Geld bekomme. Nimm den Körper, du hast doch bestimmt Hunger, oder? Hast du Hunger? Oh, cool, okay. Fünf? Das hat sich ja nicht mal gelohnt. Oh, es tut mir leid, Jungs. Fünf, nein. So ein Quatsch, Alter. Fünf. Fünf. Ja, nicht, aber. Immerhin kriegt man was, ne? Oh, wow. Tja. Einfach dead. Das hat das Größte in dir hervorgerufen. Ja, aber echt. Wir sind in der nächsten Morgen. Ja. Ich, ich... Ja. Ich, 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 ja. Ich hab' nicht nur recovered. Wir haben wenigstens 12 Credits. Sehr gut, sehr gut. Nice, ne? Super. Hier, Deadline now. Wisst ihr, was jetzt noch passiert? Oh, Mann. Macht's gut, Leute. Macht's gut, Leute. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss noch packen. Die Toilette. Die Toilette.